die mit einiger Wahrscheinlichkeit in beiden Mordfällen auf ein und dieselbe Person als Täter abzielen. Nach meinem Wissenstand, und das betrifft jetzt den Kanton Aargau, kam der Name Werner Ferrari erst gegen Ende dieser Serie ins Spiel. Insbesondere nach dem zweitletzten Delikt der Tötung von Christian Wittmer, den man in Rhinikon aufwand. Im Zusammenhang mit dem XY-Filmfall, den wir damals treten, ging eine Meldung ein, die ganz konkret auf Werner Ferrari hindeutete. Sie führte dazu, dass man Werner Ferrari mit anderen auf eine sogenannte schwarze Liste setzte. Werner Ferrari als möglicher Tatverdächtiger auch auf eine sogenannte schwarze Liste genommen hat. Trotzdem, 1989 schlägt der Täter wieder zu und tötet Fabien Imhoff im soloturnischen Heggendorf. Erst nach diesem Mord führt die Spur direkt zu Werner Ferrari. Ich ließ ihn von Anfang an spüren, dass nicht der Täter, sondern Werner Ferrari im Vordergrund steht. Ich gab ihm nicht zu verstehen, dass er der Mörder war. Vielmehr versuchte ich, seine Taten, in großen Anführungszeichen, zu verstehen, zu begreifen, was ihm da passiert war. Durch diese Beziehung gewann er spürbar Vertrauen zu mir. Und das führte schliesslich zu den Geständnissen. Nach und nach gibt Werner Ferrari mehrere Taten zu. Er gesteht den Mord an Benjamin Eggli, an Daniel Sutter und an Christian Wittmer. Und er gibt zu, im August 1989 Fabien Imhoff getötet zu haben. Raffaella und Paul Imhoff wohnen bis heute in Heggendorf. Im selben Haus wie vor 18 Jahren. Nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo ihre Tochter umgebracht wurde. Wegziehen wäre für mich nie in Frage gekommen. Ich denke, man kann den Umständen ohnehin nicht entfliehen. Das Schicksal, das einem zugedacht ist, holt einen ein, auch wenn wir nach Deutschland oder Österreich oder irgendwo hin ausgewandert wären. Das holt einen ein. Ich kann für einen Tag weggehen und ich muss genauso an Fabienne denken, wie wenn ich hier bleibe. Fliehen geht nicht. Der Kopf bleibt da. Fabienne ist immer präsent. Der Kopf ist immer da. Und Fabienne ist immer präsent. 1994 kommt es zum ersten Prozess, der abgebrochen werden muss. Werner Ferrari widerruft am ersten Verhandlungstag alle seine Geständnisse und behauptet, er habe nie ein Kind angerührt. Durch das, was er mir geschrieben hat, verzeih mir Mutter, legte er nach meinem Empfinden ein Geständnis vor mir ab. So etwas schreibt niemand, der ganz und gar unschuldig ist. Ich geriet beinahe in Wut, als er behauptete, er kenne Fabienne nicht, was er einmal in einer Anwandlung sagte. Wer ist das? Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, ein kranker Mensch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mario Etzensberger hat für das Gericht ein Gutachten über Werner Ferrari erstellt. Der Psychiater hat sich in vielen Sitzungen mit ihm ein genaues Bild machen können. Es ist durchaus denkbar, dass jemand mit einem Geständnis kommt, der gar nichts getan hat. Das kommt vor. Nur würde das in diesem Falle nicht zu Ferraris Art der Schilderung nicht zum ganzen Kontext passen. Nur weil es nicht passt, heisst es aber noch nicht, dass es nicht so war. Mein Eindruck ist, dass das, was Ferrari mir erzählte, authentisch war. Als er das Geständnis zurückzog, war ich schon sehr erstaunt. Die Möglichkeit, dass die seinerzeitigen Äusserungen falsch waren, besteht, doch ich betrachte diese Wahrscheinlichkeit als eher klein. Die besteht, aber ich würde sie jetzt als relativ klein wahrscheinlich anschauen. Aufgrund der Einschätzung Ferraris als Person und aufgrund der nachfolgenden Behandlung kam das für mich nicht überraschend. Für mich steht aber fest, dass die Straftaten, die er eingestanden hatte, auch von ihm begangen wurden und dass er auch für weitere Straftaten in Frage kommt. Im zweiten Prozess, ein halbes Jahr später, ist Werner Ferrari in fünf Fällen angeklagt. In den vier Fällen, die er früher gestanden hatte, und im Fall Ruth Steinmann, den er immer bestritt. Wie sind damals die Geständnisse zustande gekommen? Ferrari behauptet, er habe unter massivem Druck gestanden. Nach dem Rückzug der Geständnisse darf das Gericht diese nur noch als Indizien verwerten. Weil weitere klare Hinweise auf Ferraris Täterschaft fehlen, ist die Beweislage dünn. Das Gericht steht vor einer schwierigen Aufgabe. Im selben Saal wie der Angeklagte sitzt als einzige betroffene Mutter auch Raffaela Imhof. Ich sagte mir, ich will einfach alles wissen. Ich will es nicht aus der Zeitung erfahren. Deshalb ging ich hin. Aber ich hätte nicht hingehen können, wenn ich ihn nicht schon verziehen hätte. Dann nämlich hätte mir der Abstand gefehlt. Doch es war eine harte Nuss, gefühlsmäßig, von heiß bis kalt. Wir waren ja als Betroffene auch nicht geschützt. Wir hatten keine reservierten Plätze, wir saßen mitten im Publikum, unter all den Hausfrauen. Einmal wollte man uns sogar gar nicht mehr einlassen. Ich hoffe, dass es so etwas heute nicht mehr gibt. Damals waren Opfer und ihre Angehörigen tatsächlich vernachlässigt. Man informierte sie nicht, leistete ihnen keinen Beistand, es gab keine Beratung. Eine ziemlich schwierige Situation für die Angehörigen von Tötungsopfern. Das hat sich sehr verändert mit dem Opferhilfegesetz. Seither sind verschiedene Massnahmen zur Verbesserung getroffen worden. Man wird heute beraten, in einem Verfahren von Anwälten begleitet. Man wird über die einzelnen Schritte eines Verfahrens informiert. Es besteht Anspruch auf eine Opferentschädigung. Dadurch wird versucht, die traumatisierenden Erlebnisse aufzufangen. Ein aufwühlender Prozess ist zu Ende. Werner Ferrari wurde vom Badener Bezirksgericht für schuldig befunden, fünf Kinder ermordet zu haben. Die Strafe, lebenslänglich Zuchthaus. Ob schon Ferrari seine Geständnisse widerrufen hatte, sah das Gericht es als erwiesen an, dass er der Mörder ist. Die Indizien sind zum Teil ziemlich schwach. Aber seine Geständnisse von damals, da hat es Details drin, die wirklich nur der Täter wissen konnte. Eine Tat hat er neben einem Maisfeld begangen, das an jenem Tag gemäht wurde. Das hat man kontrolliert, das stimmte. Er hat die Polizei an die Tatorte geführt. Sechs Jahre später, die Tatorte sahen anders aus. Im Waldstück konnte er auf den Meter genau angeben, wo das Kind gelegen hat, das tote Kind. Das kann fast nur der Mörder wissen. Sie haben diesen Mann ja beobachtet während der zwei Prozesstage in Wettingen, gestern und vorgestern. Wie hat er auf Sie gewirkt? Wenn man ihn gefragt hat, hat er ihm ausweichende Antworten gegeben. Gestern wurde gefragt, waren sie es denn? Er hat gesagt, so wie ich mich kenne, habe ich so Kinder nicht umgebracht, das ist so verschlüsselt. Oder er hat gesagt, wenn man mir sagt, dass seit ich im Gefängnis bin, keine Kinder mir so umgebracht wurden, dann muss ich ja annehmen, dass ich es war, verschlüsselt. Und ganz interessant, wenn verlesen wird, was er selber schreibt, er schreibt viele Briefe an Anwälte, an ehemalige Leute, die ihn verhört haben, da wird es dann ganz interessant. Der Mann kann sehr gut formulieren, weiss sehr gut, was in ihm vorgeht, wie er etwa beschreibt, wie er da in den zehn Jahren gelitten habe, dann wieder ein Kind angesprochen, das Kind wieder umgebracht, dabei habe er nur Liebe von ihm gewollt und sei dann eben in der Leiche gesessen, hätte geweint, nach seiner Mutter gerufen. Da wird einem fast ein bisschen merkwürdig, man hat fast Mitleid mit dem Mann. Auf der anderen Seite muss man sehen, was er angerichtet hat, welches Leid, wenn es denn war, er verursacht hat. Er war nicht so, wie ihn die Medien darstellten. Er war kein Monster, kein Böser. Ich hätte keine Angst gehabt vor Herrn Ferrari. Man kann aus einem Gesicht nicht ablesen, wie jemand ist. Das kann ein Kind nicht und auch Erwachsene erkennen nicht, wenn es jemand böse mit ihnen meint. Auch der Journalist Peter Hollenstein hat sich intensiv mit Werner Ferrari auseinandergesetzt. In seinem Buch »Der Unfassbare« hat er sich eingehend mit der Frage nach Ferraris Motiven beschäftigt. Bei Werner Ferrari sind die Ursachen ziemlich vielschichtig. Doch ich könnte mir vorstellen, dass das Ausschlaggebende eine Art Eifersucht auf diese Kinder war, weil sie die Kindheit hatten, die er nicht gehabt hatte. Obwohl klare Beweise fehlen, wird Werner Ferrari in allen fünf Fällen schuldig gesprochen. Auch ein solcher Täter kann nicht einfach für alle ähnlich gelagerten Fälle zur Verantwortung gezogen und aufgrund mangelhafter oder gar fehlender Beweise verurteilt werden. In einer solchen Situation helfen nur Geständnisse weiter. In einem Fall hat Werner Ferrari nie ein Geständnis abgelegt. Im Fall Ruth Steinmann. Das zwölfjährige Mädchen aus Würenlos trifft ihren Mörder am 16. Mai 1980. Sie fährt nach der Schule mit dem Velo durch den Wald. Als Ruth nicht nach Hause kommt, machen sich ihre Eltern sofort auf die Suche. Der Vater sieht einen Mann auf einem Moped, den er später als Werner Ferrari identifizieren wird. Kurz darauf findet er seine Tochter. Ermordet. Mit einem alten Teppich bedeckt. Im Sommer 1980 erhält Ruths Vater anonym dieses Foto. Ein Bild des angeblichen Mörders seiner Tochter. Der Mann auf dem Foto, ER, sieht Werner Ferrari zum Verwechseln ähnlich. Die Ermittler gehen diesem Hinweis aber erst 23 Jahre später nach. Im Jahr 2003. Sie lassen den 1983 verstorbenen ER exhumieren, um seine Zähne mit Bissspuren auf der Leiche von Ruth Steinmann zu vergleichen. Der wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich untersucht das Gebiss des Toten sowie die Zähne von Werner Ferrari. Vor allem fällt auf, dass wir beim Exhumierten eine sehr unregelmäßige Zahnstellung im Unterkiefer haben. Diese Zahn hier zum Beispiel steht geradewegs um 90 Grad verkehrt im Gebiss. Bei Werner Ferrari dagegen fällt sofort auf, dass er unten nur drei statt vier Frontzähne hat. Die Vermessung mit dem 3D-Streiflicht-Scanner ist hochpräzise. Ruths Mörder hat das Mädchen gebissen und damit Spuren hinterlassen. Die Zähne von Werner Ferrari und das Gebiss des exhumierten ER werden mit der Bisswunde auf der Brust des Mädchens verglichen. Hier sind verschiedene Bisspositionen zu sehen. Wir können nun unser 3D-Modell maßstäblich in diese Wunde hineindrücken. Jetzt sehen wir sehr deutlich, wie wir zum Beispiel diesen Zahn der Wunde zuordnen können. Der Täter hat also einen um 90 Grad verdrehten Zahn, den man in diese Wunde stecken kann. Wir haben das miteinander beurteilt und sind zum Schluss gekommen, dass wir Werner Ferrari ausschliessen können. Dass er diesen Biss dem Mädchen nicht zugefügt hat und dass wir in engsten Betracht ziehen müssen, dass die Bisswunde vom Exhumierten stammt. Dass der Exhumierte den Biss verursacht hat. Werner Ferrari verlangt aufgrund dieser Erkenntnisse eine Neubeurteilung des Falls. Am 10. April 2007 steht er deshalb wieder vor dem Bezirksgericht Baden. Im Revisionsprozess wird noch einmal beurteilt, ob er im Fall Ruth Steinmann wirklich Täter ist.